ja ein ganz herzliches willkommen auch zum zweiten server log ihr seht es hier wahrscheinlich hat sich ich habe etwas weiter gebaut und es ist auch wieder bei der crafters.de hallo guten tag guten tag ich lasse ihn dann jetzt auch mal ins haus rein ganz nett nett du bist ja ihr seht hier die oberetage habe ich so ein bisschen ausgebaut sitzmöglichkeiten terrasse ist auch da was unter terrasse ist zeige ich gleich noch ja hier die war ja so ich denke meine kleine karotten form sehr schön alles hier ach ja noch mal kurz für die leute die jetzt die folge von das erste video angucken wollen das können sie bei mir doch nicht angucken weil ich meine audioschule verdürtelt habe und ja er mir nur seine geschickt hat und ich da halt nicht drauf bin und ja deswegen geht das nicht deswegen habe ich noch eine neue folge aufgenommen vorhin was noch weiter das war doch eben noch nicht da oder genau das habe ich jetzt gerade erst gebaut und ich brauche ich immer noch granit um den bogen weiter auszulegen okay mal kurz bei mir zu hause also da wollte ich nicht auslassen ja du hättest auch du hättest auch einfach so gehen können mit home stimmt haha Prozent Prozent ja was jetzt habe ich wirklich was ich gerade sagen wollte auch ja ja die Sachen die besser hier einfach einen Druckplatt drinnen was haben die schon wieder gemacht so weg also da nicht nicht da runter brudeln ja jetzt seht ihr gerade sehr schön das das multidamined Hunter der nimmt auf gar keinen Fall Robin heißt und dann ist unten eingeblendet äh ja ja habe ich noch elf Granit ah sehr schön kann ich gleich weiter bauen für meine Nachbildung des Towers jetzt bräuchte ich nur noch ein Flugzeug was ich da rein jagen kann aber wie das einfach aussieht mal kurz hoch soll ich dir danach ein Screenshot senden davon wovon wovon wie das da oben aussieht ja 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 und jetzt nochmal ganz kurz ganz oben haben die einfach TNT gesetzt also ich nehme es zurück mit dem Schalter das ist das schlimmste Gebäude geworden was es hier so gibt ich hatte in der letzten Folge gesagt das ist das beste Gebäude das ist das schlimmste Gebäude und hier nochmal ganz kurz ich weiß noch nicht wer es ich weiß jetzt sogar nicht wer es gewollt hat auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Tierquäler also für alle die gegen Tierquäler Reisen setzt doch mal bitte unter das Video ein Hashtag Tierquäler ja ja ich baue mal solch das TNT einfach anzünden und runterfallen lassen wo kannst du an sich machen das hier TNT Explosionen sind hier aus da ist der Beweis äh aber ich habe davon auch ein Screenshot gemacht das kommt erstmal auf die Facebook Seite ja es ist wie erstes Bild was ich poste auf meiner Facebook Seite Premiere man wer kommen denn die ganzen bewichsten Creeper keine Ahnung ich wollte ohja hat sich jetzt hier noch großartig was verändert ne eigentlich nicht aber ich muss jetzt hier nochmal hier ein Screenshot machen warum sie das gemacht haben sie haben was gemacht damit das Leuchtfeuer dann durchkommt das sieht inzwischen nach sieht einfach so scheiße aus ne also und hier auch nochmal ganz kurz für alle die gemerkt haben dass die auf dem Server heute waren dass der Server dreimal resettet wurde also es waren ja eigentlich 300 Mal es ich schieb es jetzt einfach mal darauf dass du irgendwelche Plugins installieren wollte aber wie viele Plugins so viele gibt es doch gar nicht doch doch es gibt ne ganz ja vielleicht haben wir einen Spielmodus drauf gehauen ja ja ich komme ich schaue mal eben nach ob die neun die muss er wollte Skybox drauf so ja und das was und das was jetzt hier gerade gesehen habt also mein unfertiger Raum vielleicht kann ich ja nochmal mein Haus zeigen ja mach ich sofort also das hier ne wir haben sie haben auf jeden Fall sind jedenfalls gerade dabei einen neuen drauf zu hauen ähm also da mein Umfeld also der an der einen Seite der hast du grad gesehen dass ich einfach gestorben bin ja hab ich gesehen das ist eine schöne Aufnahme drauf ähm ich will ich weiß nicht warum ich geschockt sind meine Türen offen äh also die eine Seite die ihr grad gesehen habt bei mir die noch nicht fertig ist das wird so die Nachbildung der Towers ich weiß noch nicht wie extrem ich das nachstellen werde ja mein Haus auf jeden Fall ähm hier ist ein wenn ihr auch auf dem Server jetzt neuerdings seid äh vielleicht durch ihn beziehungsweise äh durch mich ähm dann müsst ihr aufpassen weil er äh nicht alle Felder werden sozusagen genommen hier droppt es einfach manchmal die Samen wieder und genau wenn ihr wisst woran es liegt schreibt auf meine Kommentare da bin ich euch sehr dankbar für oder womit man das ändern kann jetzt hat ich 8 TNT okay naja so ich bin schon Level 21 wieder ich bin 22 oh eigentlich schon mit 23 aber egal ja ne hässlich haben die das bitteschön gebaut das machen wir eigentlich haben die keine Hobbys doch haben die oder zu dumm Minecraft zu lernen äh ja also ich würde sagen dann beenden wir jetzt hier auch mal die Folge bis tschüss 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 tschüss